Ich habe Rückenschmerzen. Unkam wie mir spinne. Ich habe Rückenschmerzen. Sein Rücken tut ihm weh. Sein Rücken tut ihm weh. Sein Rücken tut ihm weh. Er hat Rückenschmerzen. Sein Rücken tut ihm weh. Er hat Rückenschmerzen. Ich glaube, ich sollte mal zum Arzt. Ich glaube, ich sollte mal zum Arzt. Was denken Sie? Was denken Sie? Guten Tag, Herr Doktor. Mir Dieter Doktor. Guten Tag, Herr Doktor. Was fehlt Ihnen denn? Zwarze Nevoite. Ich habe Halsschmerzen. Ich habe Halsschmerzen. Und ich habe auch Kopfschmerzen. Und ich habe auch Kopfschmerzen. Ich habe auch Kopfschmerzen. Machen Sie doch bitte den Mund auf. Der Hals ist etwas gerötet. Haben Sie auch Husten? Haben Sie auch Husten? Haben Sie auch Husten? Ja, und meine Nase läuft dauernd. Ja, und meine Nase läuft dauernd. Ja, und meine Nase läuft dauernd. Haben Sie auch Ohrenschmerzen? Haben Sie auch Ohrenschmerzen? Nein, ich habe keine Ohrenschmerzen. Nein, ich habe keine Ohrenschmerzen. Nein, ich habe keine Ohrenschmerzen. Sie haben eine starke Erkältung. Sie haben eine starke Erkältung. Sie sollten eine Woche im Bett bleiben. Was? Eine ganze Woche? Was? Eine ganze Woche? Was? Eine ganze Woche? Und meine Schüler? Und meine Schüler? Und meine Schüler? Machen Sie sich keine Sorgen. Machen Sie sich keine Sorgen. Auf Wiedersehen, Herr Wagner. Und gute Besserung. Auf Wiedersehen, Herr Wagner. Und gute Besserung. Deine Gagnation. Gib mir wieder 3-2-3-4-4-4-4-7-4-4. Wir laufen die Kinder noch older,